In diesem Video möchte ich euch kurz einen Sicherheitshinweis geben, auf was ihr achten solltet, wenn ihr Timbels, Stahltimbels oder Aluminium-Timbels in Seile einspleischt. Wir fangen mit einem Aluminium-Timbels an, der an sich ganz einfach eingespleißt werden kann. Was ich hierbei nur beachten sollte, ist, dass ich den Spleiß nicht zu eng an das Ende setze. Zwar kann er dann auf keinen Fall herausrutschen, was ich aber habe ist, dass der Spleiß, wenn ich wirklich dann mit viel Last arbeite, kaputt gehen wird, weil ich einen vernünftigen Einlaufwinkel für den Spleiß brauche. Der Timbel wird trotzdem nicht herausgehen. Wichtiger hingegen ist aber schon bei den Edelstahltimbels darauf zu achten, dass ich die richtigen verwende. Die Edelstahltimbels geben mir zwar an sich durch ihre Bauweise schon den Winkel vor, wie das Seil gelegt werden muss und wie viel Seil ich brauche dafür, aber dabei geht es darum, dass ich verschiedene Timbels kaufen kann und nicht alle, aber wirklich für modernes Tauwerk geeignet sind. Ich würde darauf achten, dass ich im Gegensatz zu dieser hier offenen Kausch immer geschlossene Kauschen verwende, weil wenn ich hier, wenn sie das Ganze irgendwie verdreht, wird diese Kausch anfangen, mir das Seil zu zerschneiden, beziehungsweise wenn ich zu viel Last drauf gebe, kann sich flach gedrückt werden, sich verschieben und durch dieses flach gedrückt werden hier eben scharfe Kanten kriegen und mir das Seil zerschneiden. Wenn ich jetzt wirklich sehr geringe Lasten drauf habe, ist es nicht das Thema. Ich verwende eigentlich nur dann Kauschen, wenn ich hohe Lasten und große Reibungen zu erwarten habe und dann möchte ich auch wirklich die optimale Sicherheit gewährleisten. Also aus diesem Grund ist diese Kausch für modernes Tauwerk meiner Ansicht nach ungeeignet. Hingegen diese hier kann sich, das sage ich jetzt einmal, so gut wie unmöglich flach drücken, beziehungsweise wird sich hier nichts zusammengeschoben. Was passieren kann ist, wenn ich den Spleiß nicht optimal habe, dass die Kausch herausfallen kann. Das kann ich aber mit einem Tuckling am unteren Ende des Kauschstegs beheben, indem ich links und rechts ein Tuckling mache, dann kann die Kausch auch nicht mehr herausfallen. Bis zum nächsten Mal.